Hallo und herzlich willkommen bei einer weiseren Folge Assassin's Creed Unity. So. Was war das jetzt? Das höchste Wesen. Das höchste Wesen. Was soll das? Robespierre. Er hat diesen Tag zum Feiertag des höchsten Wesens erklärt. Ein Tribut an die Tugend der Nation und die ihr zu erweisende Bürgerpflicht. Warum klingt das so vertragend? Wenn es um die Templer-Doktrin geht, ist sie sehr frei interpretiert. Hier werden wir nie nagelnd an ihn herankommen. Ziehen wir uns zurück und warten auf einen besseren Moment. Du denkst noch wie ein Assassino. Diesmal habe ich einen Plan. Oh. Und wie lautet der? Denke wie ein Templer. Warte. Okay. Wunderbar. Und ich dachte, wir sollten jetzt rational sein. Fressig. Wie, Robespierre. Das ist schön. Wenn höchstes Wesen nicht Robespierre bedeutet, fresse ich meinen Hut. Was soll das denn? Lächerlich, diese Zuschaustellung. Okay, wir können einfach hier so reinlaufen, oder? Sehr kunstvoll. Sehr schön. Was denn? Robespierre ist unangreifbar. Die Hälfte seiner Garde ist hier. Wir kommen nicht mehr als zehn Schritte an den Wand. Genau, wie ich sagte. Aber er ist nicht mehr so populär. Die Säuberung, das höchste Wesen. Wenn wir ihn diskreditieren, ist er am Ende. Ein großes öffentliches Spektakel ist der beste Ort. Ganz genau. Zeigen wir ihn als gefährlichen Irren, wird seine Macht schmelzen wie der Schnee im April. Aber wir brauchen überzeugende Beweise. Ich habe eine Idee, wo wir anfangen. Kommst du? Triff mich danach. Ich habe eigene Dinge zu erledigen. Ich habe ein als Kind. Okay. hier Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, macht's erstmal gut, tschau tschau.